Ich hab'n Diskussion satt. Wenn ich mit einer Frau unterhalte, hab' ich noch lang keinen Sex. Ich ertrag' das nicht mehr. Ich ertrag' das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Wann auf und ab nochmal ab? Verpüß' dich. Weißt du was? Du bist krank. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gern nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben. Aber ich finde nackte Kanone in jedem Teil super. Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool. Willst du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du nen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab' meistens so einen Fünfschluss. Jedenfalls montags, mittwochs und freitags. Ich treff' mich dann auch von meinen Leuten im Café. Okay? Okay. Mach's gut. Ich Toles. Ich hatte einen bookshelf quelque peek. Ja, du kannst mich.